Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Data in 2 und ja, ich würde sagen, wir machen da weiter mit der Story. Ah, stimmt. Okay, dann lass mich hier runter. Okay, wo genommen ist er jetzt hin? Okay, da. Also, zieh einfach gerade aus. Boah, scheiße. Alter, ist der immer noch hinter mir? Boah, das ist ein anderer. Das muss ein anderer sein. Alter, der fuck, ich bin es da ab. Ey, wie soll ich jetzt eine ruhige Mission machen, wenn er den ganzen Tag bei mir ist? Jetzt muss ich den killen. Jetzt versuchen sie halt. Achso, der hält ja nicht so viel aus. Na, der ist ja tot. Ich dachte, der sollte so stark. Aber warte, na, das ist ja... Okay, das ist ja doch nicht... Warte, bin ich irgendwie behindert, oder...? Das war auch gerade D, oder nicht? Zum einen hab ich auch nix. Alter, das ist gerade scheiße hier. Jetzt fuck mich der Wichser hier auch ab. Warte, da ist irgendwas. Ey, das gibt's doch nicht mal. Verpiss dich doch mal. Es dauert dann auch immer wieder ewig den zu töten, Mann. Oh, ich bin tot. Alter. Warte, wir sind... Ja, wir müssen eh da hin. Jetzt kommt der schon wieder, Mann. Das gibt's doch nicht. Aber wir haben wieder ein bisschen Munition jetzt. Blockt hier wieder alles. Oh, wir haben zu tot. Jetzt ist es aber irgendwie doch ziemlich schnell gegangen. Warte, hier waren wir eigentlich schon. Alter, warum täusche ich denn nichts, Mann. Warum soll ich denn wieder leben? So, wir schauen mal hier rein. Ist das eine Spitzhacke? Könnte ich mal mitnehmen. Blendier-Aulebine. Blendier-Aulebine. Der andere was zum heilen. Ach scheiße. Warte, ein Auto. Alter. Oh, er ist schon tot. Der hat auch irgendeine Waffe dabei gehabt. Okay, aber wie groß ist jetzt hier das Suchgebiet hier eigentlich? Ah, okay. Schon ziemlich groß hier eigentlich. Ah, das ist doch nicht der ganze Game-Bereich, oder? Okay, da werden sie schon gefunden. Apartment 2C, okay. Müsste tot sein. Aber da kann ich ja nichts machen, obwohl war da irgendwas runtergefallen. Und tot. Ah, ich hab's weniger ausdauert, oder? Schon wieder. Warte, da oben irgendwo. Okay, warte, ich geh mal hier rein. Okay, komm, ich geh nicht rein. Da muss ich... Alter, lass mich doch in Ruhe, Mann. Ich denke, wir rein. Oh, hier. Oh, hier. Okay, zu 2C müssen wir... Okay, da ist es schon. Okay, jetzt looten wir noch ein bisschen los, eine Nagelbombe. Koffer, Schießpulver. Okay, jetzt ist es looten wir noch. Warte, das ist eine Werkbank. Schaufkantiges. Oh, hier ist ein Dossi-Wald. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Wir gehen dann noch schnell zur Werkbank. Okay, das ist auch ziemlich geil hier. Ein Schlagstock, ja, könnte man verbessern eigentlich. Obwohl, Spitzhack ist geil. Vom Schaden her halt. Aber der Medikatz könnte ich mal mehr herstellen. Das wäre jetzt ganz wichtig. Okay, ein Stück haben wir jetzt. Mehr geht schon wieder nicht mehr. Okay, da finden uns die Chemikalien. Ja, ich nehme mal diese Verstümmler-Mortium. Und dann kommt da noch der Röte-Schaden drauf. So, dann kau ich hier noch irgendwas drauf. Blut und Schaden wäre eigentlich hier ganz geil. Das geht hier gar nicht. Schockschaden. Ja, ich nehme das mit einem physischen Schaden. Das hört nochmal den Schaden. Okay, circa 600 Schaden machen wir jetzt mit der Waffe. Warte ich. Ach, warte hier. Dann kommt da noch irgendwas anderes rein. So, hier kommt mal... Tiva für ihn, würde ich sagen. Und dann... Ja, die Spitzhäucke hier. Okay, reden wir mal mit dir. Okay, reden wir mal mit dir. Ja, ich bin der Klub. Also, das ist, ich sehe in Brentwood-Sewers, wenn diese Frau, bare feet, calm as you like, versucht mich zu töten. Nicht fünf Minuten, ich bin in, auf sie und dein Vater, zu sagen. Ja, ich bin in der Nähe. Änti Lola? Warum wird sie hier sein? Das ist sie. Sie acten wie das ist alles nur noch ein paar Tage in der Arbeit. Das ist ziemlich verrückt, sogar für sie. She knows more than she's saying But first, come back and let Rubes know you're okay Not happening This is your family, Tisha Okay, hold up Look, we both want to know what's going on with Dad, right? If I give you a direct line to Lola Can you give me more time to investigate? Dunno, I don't want to piss off the one guy that can get me out of here Look, there's a data blackout, right? No internet, no nothing But our resident hacker, Ava, has found data packets Routing between the Serling, CDC HQ, and the Ramgate building It might clue us up on what Dad's mixed up in And what is this hotline to your Auntie Lola? I got a code phrase Look, you go to an OSK store And say 12 Sambuca Karaoke Queens to the OS OSK? Wait, she's that Lola Conrad? Yeah, and if she's involved, it's something wild Okay, deal But we share the Goss, right? No more being kept in the dark Yeah, I was gonna say the same thing Cool Welcome to the Mushroom Club Okay Beim OSK Store Dann gehen wir doch mal hin So, Lola Conrad OSK Billionaire Rekluse Did not flee LA Instead she tracked me down And awakened something inside of me My socks are definitely tingling Boah, schon geil Hab ich gedacht eigentlich, dass es ein Ein- und Waufüß Aber schon ganz cool eigentlich Ich würde sagen, ich verwende mal kurz die Spitzhacke Weil das ist ja jetzt eigentlich unsere stärkste Waffe Warte, der Store ist dann glaube ich auch gleich hier Oh, der soll jetzt nicht explodieren Energy Drink Boah, scheiße Okay, der steht da hin Okay, lokalisieren und starte die Server-Node Wir rein Alter Ich brauche wieder eine Schlüsselkarte Er hat Spitzhacke ist auch Der war halt ein bisschen langsam, leider Aber eigentlich eh logisch Boah, alter Alter Halt, ich komm schon Nein, ich bin gestorben Okay, aber wo ist diese Schlüsselkarte Okay, eine Überzeugung Okay Okay, den Müll losbringen Das ist irgendwie markiert Warte mal, ist das der hier Oder Ist das der hier Oh, muss das der sein Okay, komm jetzt da rein In den Serverraum Ich glaube, diese sind die Server Ah, ein schlechter Karte freigeschaltet Ähm Ah, hier, egal Verstümmel ein Zombie, um Gesundheit zurückzugewinnen Das hol ich mal rein Ich glaube, das ist irgendwie ok dann nehme ich hier noch was mit doch ein medikist das ist gut ich glaube sonst haben wir ja alles dann gehen wir hier wieder hin power is on so lovely I'm a fucking tech genius now back out say the magic words and hello conrad people 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 peace we're going to do it ok dann müssen sie schon erstmal töten hat der schreie ist auch da hinten was wir mit schädel ran warte ich auch nicht mit knabeln raus die schotten wirklich ganz gut oh warte müssen wir aufladen kommt schon laden wir ruhig nach das ist eigentlich hier schon tot ja das wars nimm schnauze mit dann stehe ich hier rein achso das waren wir noch gar nicht alle ok dann kommt schon mehr ok jetzt gehen wir wieder da hin hello computer 12 sambuka karaoke queens eschaton noun theological the end of the world the end times the final event in the divine plan from the greek root meaning last hello computer that was shit i'm looking for lola conrad hey i'm dr reed but you can call me ruben no they told me there's something in my blood yeah shh shh let's keep your specialness just between us for now ok ok sure but it's about a cure if our preliminary results are right then you have a miracle in your blood now that we found you humanity stands a chance cool so what happens to me you just take some blood or we need to get you to our lab on ocean avenue we have the equipment there and answers to all your questions i promise ok you're the doctor so i'm not the first and rubes hasn't exactly been straight with me what happened to this other guy zephron it didn't work the level spiked again fried the whole rig nah not ideal and our friend noah we need a new candidate we haven't found anyone else there has to be someone you know what's at stake keep looking i need to find this lab on ocean avenue that's where the answers will be hold on i thought the cell network was dead ok ok tisha osk was cagey about conrad but it put me on to a lab nearby that your dad was using got it me and aver in the rang gate security center there's definitely data moving in and out go team mushroom that lab's the connection stay tuned i'll be in touch use the geschichte bilder teile um dr richelab auf der ocean avenue zu finden ok also irgendwo hier muss das dann sein neudem quist neudem quist ok 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 so so to area ich jetzt das kann ja überall sein warte mal auf die geschickte bilddatei habe ich irgendwas die ganzen zombies jahren schon habe ich noch nie gemacht ja jetzt hier um die stärkeren boah der schlachter hier ok aber ja ich meine weil steht irgendwas die geschickte bilddatei und wo habe ich die warte mal für knüpfte aufzeichnungen ah hier ist die bilddatei ok ja das bringt jetzt glaube ich auch nicht so viel aber warte mal das ist doch das wo wir gerade waren oder nicht oder ist das das hier das liegt ja glaube ich auch in so einem auto auf jeden fall na schon da anders aus was ist denn jetzt los und bin ich jetzt gestorben ok ist egal aber wir gehen noch mal kurz zurück hat sie immer recht glaube ich bin von dort gekommen das hat irgendwie so ausgeschaut wie hier oder nicht obwohl naja doch ein bisschen anders irgendwie da kommt nicht so die ganzen zombies hier hermann warte vielleicht da hinten irgendwo naja schaut auch nicht so aus aber keine ahnung wo das sein soll wir können jetzt aber mal den ganzen weg hier nach hinten rennen also das hier 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 ok da ist auch noch unten warte ich komme ja so gut nicht hin alter perfekter skill ich glaube ich muss ja nach hinten also die Ränder mal in so eine Gauss zu nehmen Untertitelung des ZDF, 2020